Musik Eingungen kosten richtig viel Geld, 36 Milliarden Euro nach einer Berechnung des Berliner Senats. Und es steht keine einzige neue Wohnung mit. Was diese Stadt braucht, was wir brauchen, sind mehr bezahlbare Wohnungen. Und einen Bruchteil dieses Geldes sollten wir nutzen, um mehr Wohnungen zu bauen und auch um Menschen zu unterstützen, die Schwierigkeiten haben, ihre Mieten zu zahlen. Rezepte aus der Vergangenheit helfen für die Zukunft kein Stück.